Hallo, hier kommt das Eichelchen mit den Nachrichten. Also, heute wird es sehr, sehr nussig. Was sagen Sie, Reporterin Mrs. Bieber? Ja, ich fühl mich cool, ja. Ach, das sagt sie immer. Und hier, die Werbung für... ...trockene Pflaumen. Ja, das ist sehr cool. Lecker, lecker. Ich fress gerade eine Nuss, also guckt nicht hin. Okay. Also, was wollt ihr jetzt? Oh ja, ähm... Halt die Klappe, du Zwiebelsohn. Oh, das nehme ich als Beleidigung an. Guckt mal rein. Ihr werdet euch ekeln. Mh, das ist doch lecker. Die Zwiebelsöhne für dich optimal. Ich bin kein Zwiebelsöhne, das bist du selber. Nee. Du Tante. Ich bin... Ich bin... Es ist wie war. Halt die Fresse, Alter. Alle, die sich das Video angucken, lasst euch... las... lasst das liken. Die Zwiebelsohn. Eik... die Zwiebelsohn. Ich bin kein Zwiebelsohn. Untertitelung des ZDF, 2020